Córdoba, Provinz Spanien, Córdoba ist eine Provinz im spanischen Andalusien. Regionen von Nordosten nach Südwesten durchquert der Guadalquivir auf seinem Weg vom Ursprung in der Sierra de Cazorla über Sevilla bis zum Meer die Provinz und markiert so den zentralen Verkehrsweg der Region. Ziemlich genau in der Mitte der Provinz sitzt die Hauptstadt Córdoba an seinen Ufern. Nördlich des Flusses erhebt sich im Osten zunächst die baumbestandene Sierra Morena, in der Mitte das sanftügelige Tal Valle de los Pedroquias und im Westen die Sierra de Ornachuelos. Im Norden grenzt die Provinz an die zentralspanischen Regionen Extremadura und Kastilien. Das Gebiet südlich des Guadalquivirs wird wesentlich von der Sierra Sub-Betica beherrscht. Hier grenzen die andalusischen Provinzen Malaga und Granada an. Orte Die Provinzhauptstadt ist mit Sicherheit der hauptsächliche Anziehungspunkt der Provinz und allein schon wegen der Mesquita sehenswert, einem der spannendsten Bauwerke ganz Spaniens. Die Kleinstadt am westlichen Auslauf des Guadalquivir besticht durch ihre gut erhaltene Burg, die den ganzen Ort weithin sichtbar überragt. Circa 40 Kilometer südlich von Cordoba ist bis heute eine der Hochburgen des spanischen Weinbaus mit eigener Ursprungszeichnung, quasi die lokale Variante von Arrestela Frontera. Am Westrand der Sierra Sub-Betica Uralte Handelsstadt und bis heute belebtes Zentrum am Ostrand der Sierra Sub-Betica wartet vor allem mit den wunderschönen Stuckdekorationen in der Capilla El Sagrario auf. Schönes, weißes Dorf am Nordrand der Sierra Sub-Betica mit weiter Aussicht. Weitere Ziele Mindestens einen Tagesausflug verlangt die Sierra Sub-Betica südlich von Cordoba mit großartigen Wandermöglichkeiten, aber auch neben den Haupttorten einzigartig gelegenen weißen Dörfern wie zu Heros, die allein schon wegen ihrer grandiosen Aussicht einen Besuch wert sind. Der Stause von Isaya am Südwestende der Sierra Sub-Betica bietet alle inländisch möglichen Wassersportarten und ist ein beliebtes Ferienzentrum für spanische Urlauber. Schon die spektakuläre Lage des mittelalterlichen Ortes selbst ist eine Attraktion. Nördlich des Guadalquivirs bieten zwei Naturparks Wander- und Naturfreunden absolute Ruhe vor Rummel und Tourismus, der Parque Natural de la Sierra de Cadenia y Montoro im Osten, der an den Naturpark der Sierra Entuia in der Provinz Hain angrenzt, sowie der Parque Natural Sierra de Onachuelos im Westen der Provinz. Hintergrund natürlich überstrahlt die glanzvolle, bis in römische Zeiten zurückreichende Geschichte der Hauptstadt Cordoba die ganze Provinz. Schon zu maurischen Zeiten war sie selbstständiges Emirat, später als Kalifat bedeutendes und unabhängiges Verwaltungszentrum sowie schmelztige maurischer, christlicher und jüdischer Kulturen und der Nachbarstadt Granada immer ebenbürtig. Selbst nach der christlichen Rückeroberung wurden diese Wurzeln hier am wenigsten angetastet, was die Mesquita von Cordoba zu so einem einzigartigen Beispiel für Kulturquerungen macht. Gerade wegen seines erhaltenen Kleinstadt-Flairs ist Cordoba fast noch mehr als Granada eines der schönsten Beispiele, diesen Kulturmix auch heute noch hautnah nachvollziehen zu können. Nicht umsonst hat die Stadt den Wettbewerb zur Kulturhauptstadt Europas 2012 nur ganz knapp verloren. Die Bemühungen, die Provinz touristisch aufzuwerten, beschränken sich aber nicht auf Cordoba. Gerade in der Sierra Sub-Betica wurde viel getan, dieses Gebiet über sehr sehenswerte Themenwanderwege entlang stillgelegter Eisenbahnstrecken interessanter zu machen. Hier ist eine mittlerweile hochgradige Infrastruktur entstanden, ohne die Urtümlichkeit der Ortschaften zu beschädigen. Weinkenner finden hier eine sehr besondere Spezialität. Bei Montilla wird die Ximenextraube angebaut, ein vermutlich im 16. J.D. Eingeführter Ableger des Rieslings, aus der dem Sherry ähnliche Variationen von Süßweinen entwickelt werden, nur dass sie ihren Alkoholgehalt natürlich und ohne Zusatz entwickeln, worauf die örtlichen Winzer großen Wert legen. Sprache in Andalusien spricht man Spanisch, aber die Andalusier haben ihre eigene Besonderheit. Man lässt die Endungen der Worte weg. Guten Morgen heißt, Venos Dias. Die Andalusier sagen, Venodia oder das Zahlwort 2 heißt Dos. In Andalusien sagt man Do. Mit dem Flugzeug von Deutschland aus erreicht man die Provinz am besten über die internationalen Flughäfen von Malaga oder Sevilla. Innerspanische Flüge werden auch über den Flughafen Granada-Chain abgewickelt. Vom kleinen Flughafen Cordoba selbst aus werden derzeit nur Flüge nach Barcelona, Vigo und Bilbao abgewickelt. Mit der Bahn Cordoba liegt an der Hauptmagistrale des Hochgeschwindigkeitszugs AW Madrid Sevilla Cadiz. Hier zweigt auch ein Ableger nach Malaga ab. Insoweit sind die Hauptverkehrsflughäfen schnell und einfach zu erreichen. Ins Hinterland führen nur wenige Bahnverbindungen, über Montoro und Enduja gibt es eine Verbindung nach Linarespaesa und Rhein. Mit dem Bus Malaga, Sevilla und Madrid sind auch per Fernbus zu erreichen. Das Hinterland wird durch private Busgesellschaften erschlossen. Auf der Straße der A4 Madrid Sevilla durchquert die Provinz entlang des Cadalquus von Ost nach West. In Cordoba zweigt der A45 südlich ab und verbindet die Region entlang des Ostrands der Sierra Sub-Betica mit Malaga. Diese kreuzt am Südende der Provinz bei Isaya der A92 Sevilla Granada, sodass auch Granada schnell erreicht werden kann. Aber auch die lokalen Straßen der Provinz sind gut, teilweise autobahnähnlich ausgebaut. Vorsicht, Geschwindigkeitskontrollen gibt es häufig. Mobilität für den Besuch der Provinzhauptstadt alleine ist ein eigenes Fahrzeug eher hinderlich. Weite Teile der Altstadt sind Fußgängerzone, und auch die Gassen drumherum stellen ein für nicht ortskundige Besucher kaum erkennbares Gewirr von Einbahnstraßen ohne Parkmöglichkeiten dar. Im Rahmen einer Rundreise sollte in Cordoba ein eigenes Fahrzeug am besten in einer der nahegelegenen Parkgaragen, ZB Zentrums nah am Pio Victoria, untergebracht werden. Für den Besuch der umliegenden Naturparks, gerade für Wanderungen und dergleichen, ist ein eigenes Fahrzeug sicher von Vorteil. Fast alle Orte können zwar einzeln auch mit Buslinien angefahren werden, deren Fahrpläne und Zeiten korrespondieren jedoch selten mit den Bedürfnissen bestimmter An- und Abfahrtszeiten. Sehenswürdigkeiten Schneefall in Andalusien fällt auch in Cordoba der Hochsommer im Juli und August sehr trocken und heiß aus. Die Höchsttemperaturen können die 40 Grad Celsius Marke auch längerfristig erreichen, die Nächte sind tropisch. Angenehmere Temperaturen gibt es im Frühjahr und Herbst, wo auch mit gelegentlichen Regenfällen gerechnet werden kann. Der meiste Regen fällt in den Wintermonaten November bis Januar, wo die Tagestemperaturen gelegentlich auch unter 10 Grad Celsius fallen können. Schneefall in höheren Lagen ist selten, kommt aber vor. Schneefall in der Höchsttemperaturen